Kühberger und das Schicksal der Welt Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn? Wie oft schon hat man diese Frage gestellt. In einem Fall ist die Spekulation besonders gewagt. Was war geschehen? Am 9. Januar 1894 berichtete die Donauzeitung. Am verflossenen Sonntag wurde ein Knabe gerade noch rechtzeitig vor dem sicheren Tode des Ertrinkens gerettet. Derselbe betrat am Inn unterhalb des Garnisonslazarettes neu gebildetes Eis und brach durch. Glücklicherweise konnte er von einem beherzten Kameraden gerettet werden. Dieser Retter Johann Kühberger sollte später einer der berühmtesten Organisten Europas werden. Viel berühmter, aber eher im negativen Sinne, sollte der von ihm gerettete Junge werden. Er setzte mit seinen Taten die gesamte Welt in Brand und hieß Adolf Hitler. Die Familie Hitler wohnte damals in der heutigen Kapuzinerstraße 5. Zwar wird der Name Adolf Hitler im Zeitungsartikel nicht genannt. Auch sind Zweifel angebracht, ob ein kleiner Junge wie Kühberger einen fast gleichaltrigen Kameraden aus dem eiskalten Reißenden ingezogen haben kann. Aber unter den älteren Passaun erzählte man sich die Geschichte seit langem. Und die Tatsache, dass der Bayerische Rundfunk ein einstündiges Feature zu dieser Legende gesendet hat, zeigt, dass durchaus etwas dran sein könnte an dieser eigenartigen Geschichte. Und wenn nicht, dann hat sich wieder einmal gezeigt, dass der Fantasie im Volk keine Grenzen gesetzt sind. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.